Arthur Schopenhauer, die Kunst, Recht zu behalten Eristische Dialektik Eristische Dialektik ist die Kunst zu disputieren, und zwar so zu disputieren, dass man Recht behält, also per fas et nefas, mit Recht und mit Unrecht. Man kann nämlich in der Sache selbst objektive Recht haben und doch in den Augen der Beisteher ja bisweilen in seinen eigenen Unrecht behalten. Wenn nämlich der Gegner meinen Beweis widerlegt, und dies als Widerlegung der Behauptung selbst gilt, für die es jedoch andere Beweise geben kann, in welchem Falle natürlich für den Gegner das Verhältnis umgekehrt ist. Er behält Recht bei objektivem Unrecht. Also die objektive Wahrheit eines Satzes und die Gültigkeit desselben in der Approbation der Streiter und Hörer sind zweierlei. Auf letztere ist die Dialektik gerichtet. Woher kommt das? Von der natürlichen Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechts. Wäre diese nicht, wären wir von Grund aus ehrlich, so würden wir bei jeder Debatte bloß darauf ausgehen, die Wahrheit zutage zu fördern, ganz unbekümmert, ob solche unserer zuerst aufgestellten Meinung oder der des Anderen gemäß ausfiele. Dies würde gleichgültig oder wenigstens ganz und gar Nebensache sein. Aber jetzt ist es Hauptsache. Die angeborene Eitelkeit, die besonders hinsichtlich der Verstandeskräfte reizbar ist, will nicht haben, dass was wir zuerst aufgestellt, sich als falsch und das des Gegners als Recht ergebe. Hienach hätte nun zwar bloß jeder sich zu bemühen, nicht anders als richtig zu urteilen, wozu er erst denken und nachher sprechen müsste. Aber zur angeborenen Eitelkeit gesellt sich bei den Menschen Geschwätzigkeit und angeborene Unredlichkeit. Sie reden, ehe sie gedacht haben, und wenn sie auch hinterher merken, dass ihre Behauptung falsch und sie Unrecht haben, so soll es doch scheinen, als wäre es umgekehrt. Das Interesse für die Wahrheit, welches wohl meistens bei Aufstellung des vermeintlich-wahren-Satzes das eigentliche Motiv gewesen, weicht jetzt ganz dem Interesse der Eitelkeit. Wahr soll falsch und falsch soll wahr scheinen. Jedoch hat selbst diese Unredlichkeit, das Beharren bei einem Satz, der uns selbst schon falsch scheint, noch eine Entschuldigung. Oft sind wir anfangs von der Wahrheit unserer Behauptung fest überzeugt, aber das Argument des Gegners scheint jetzt sie umzustoßen. Geben wir jetzt ihre Sache gleich auf, so finden wir oft hinterher, dass wir doch Recht haben. Unser Beweis war falsch, aber es konnte für die Behauptung einen richtigen geben. Das rettende Argument war uns nicht gleich beigefallen. Daher entsteht nun in uns die Maxime, selbst wann das Gegenargument richtig und schlagend scheint, doch noch dagegen anzukämpfen, im Glauben, dass dessen Richtigkeit selbst nur scheinbar sei und uns während des Disputierens noch ein Argument jenes umzustoßen oder eines unserer Wahrheit anderweitig zu bestätigen einfallen werde. Hierdurch werden wir zur Unredlichkeit im Disputieren beinahe genötigt, wenigstens leicht verführt. Dieser Gestalt unterstützen sich wechselseitig die Schwäche unseres Verstandes und die Verkehrtheit unseres Willens. Daraus kommt es, dass wer disputiert in der Regel nicht für die Wahrheit, sondern für seinen Satz kämpft, wie Proara et Phocis für Heim und Herd und Perfas et Nefas verfährt, ja wie gezeigt, nicht anders kann. Jeder also wird in der Regel wollen seine Behauptung durchsetzen, selbst wann sie ihm für den Augenblick falsch oder zweifelhaft scheint. Die Hilfsmittel hierzu gibt einem jeden seine eigene Schlauheit und Schlechtigkeit einigermaßen an die Hand. Dies lehrt die tägliche Erfahrung beim Disputieren. Es hat also jeder seine natürliche Dialektik, so wie er seine natürliche Logik hat. Allein jene leitet ihn lange nicht so sicher als diese. Gegen logische Gesetze denken oder schließen wird so leicht keiner. Falsche Urteile sind häufig, falsche Schlüsse höchst selten. Also Mangel an natürlicher Logik zeigt ein Mensch nicht leicht. Hingegen wohl Mangel an natürlicher Dialektik. Sie ist eine ungleich ausgeteilte Naturgabe, hier in der Urteilskraft gleich, die sehr ungleich ausgeteilt ist, die Vernunft eigentlich gleich. Denn durch bloß scheinbare Argumentationen sich konfundieren, sich refutieren lassen, wo man eigentlich Recht hat, oder das Umgekehrte geschieht oft. Und wer als Sieger aus einem Streit geht, verdankt es sehr oft, nicht sowohl der Richtigkeit seiner Urteilskraft bei Aufstellung seines Satzes, als vielmehr der Schlauheit und Gewandtheit, mit der er ihn verteidigte. Angeboren ist hier wie in allen Fällen das Beste. Jedoch kann Übung und auch Nachdenken über die Wendungen, durch die man den Gegner wirft, oder die er meistens gebraucht, um zu werfen, viel beitragen, in dieser Kunst Meister zu werden. Also wenn auch die Logik wohl keinen eigentlich praktischen Nutzen haben kann, so kann ihn die Dialektik allerdings haben. Mir scheint auch Aristoteles, seine eigentliche Logik, Analytik, hauptsächlich als Grundlage und Vorbereitung zur Dialektik aufgestellt zu haben und diese ihm die Hauptsache gewesen zu sein. Die Logik beschäftigt sich mit der bloßen Form der Sätze, die Dialektik mit ihrem Gehalt oder Materie, dem Inhalt. Daher eben musste die Betrachtung der Form als des Allgemeinen, der des Inhalts als der Besonderen vorhergehen. Aristoteles bestimmt den Zweck der Dialektik nicht so scharf wie ich getan. Er gibt zwar als Hauptzweck das Disputieren an, aber zugleich auch das Auffinden der Wahrheit. Später sagt er wieder, man behandle die Sätze philosophisch nach der Wahrheit, dialektisch nach dem Schein oder Beifall Meinung anderer, Doxa. Es ist sich der Unterscheidung und Trennung der objektiven Wahrheit eines Satzes von dem Geltendmachen desselben oder dem Erlangen der Approbation zwar bewusst. Allein er hält sie nicht scharf genug als einander, um der Dialektik bloß Letzteres anzuweisen. Seinen Regeln zu letzterem Zweck sind daher oft welche zu ersterem eingemengt. Daher es mir scheint, dass er seine Aufgabe nicht reingelöst hat. Aristoteles hat in den Tupikis die Aufstellung der Dialektik mit seinem eigenen wissenschaftlichen Geist äußerst methodisch und systematisch angegriffen und dies verdient Bewunderung, wenngleich der Zweck, der hier offenbar praktisch ist, nicht sonderlich erreicht worden. Nachdem er in den Analytics die Begriffe, Urteile und Schlüsse der reinen Form nach betrachtet hatte, geht er nun zum Inhalt über, wobei er es eigentlich nur mit den Begriffen zu tun hat. Denn in diesen liegt ja der Gehalt. Sätze und Schlüsse sind rein für sich bloße Form. Die Begriffe sind ihr Gehalt. Sein Gang ist folgender. Jede Disputation hat eine Thesis oder Problem. Diese differieren bloß in der Form und dann Sätze, die es zu lösen dienen sollen. Es handelt sich dabei immer um das Verhältnis von Begriffen zueinander. Dieser Verhältnisse sind zunächst vier. Man sucht nämlich von einem Begriff entweder erstens seine Definition oder zweitens sein Genus oder drittens sein eigentümliches, wesentliches Merkmal, Proprium, Idion oder viertens sein Akzidenz, das heißt irgendeine Eigenschaft, gleich viel ob eigentümliches und ausschließliches oder nicht, kurz ein Prädikat. Auf eins dieser Verhältnisse ist das Problem, jeder Disputation zurückzuführen. Dieses ist die Basis der ganzen Dialektik. In den acht Büchern derselben stellt er nun alle Verhältnisse, die Begriffe in jenen vier Rücksichten wechselseitig zueinander haben können, auf und gibt die Regeln für jedes mögliche Verhältnis. Wie nämlich ein Begriff sich zum anderen verhalten müsse, um dessen Proprium, dessen Akzidenz, dessen Genus, dessen Definitum oder Definition zu sein, welche Fehler bei der Aufstellung leicht gemacht werden und jedes Mal, was man demnach zu beobachten habe, wenn man selbst ein solches Verhältnis aufstellt, hat das gewahrsehen und was man, nachdem der andere es aufstellt, tun könne, es umzustoßen, an das gewahrsehen. Die Aufstellung jeder solchen Regel oder jedes solchen allgemeinen Verhältnisses jener Klassenbegriffe zueinander nennt er Topos, Locos und gibt 382 solcher Topoi. Daher Topika. Diesem fügt er noch einige allgemeine Regeln bei, über das Disputieren überhaupt, die jedoch lange nicht erschöpfend sind. Der Topos ist also kein rein materieller, bezieht sich nicht auf einen bestimmten Gegenstand oder Begriff, sondern er betrifft immer ein Verhältnis ganzer Klassen von Begriffen, welches unzähligen Begriffen gemein sein kann, sobald sie zueinander in einer der erwähnten vier Rücksichten betrachtet werden, welches bei jeder Disputation statt hat. Und diese vier Rücksichten haben wieder untergeordnete Klassen. Die Betrachtung ist hier also noch immer gewissermaßen formal, jedoch nicht so rein formal wie in der Logik, da sie sich mit dem Inhalt der Begriffe beschäftigt, aber auf eine formelle Weise. Nämlich gibt sie an, wie der Inhalt des Begriffs A sich verhalten müsse zu dem des Begriffs B, damit dieser aufgestellt werden könne, als dessen Genus oder dessen Proprium, Merkmal, oder dessen Akzidenz oder dessen Definition oder nach diesen untergeordneten Rubriken, von Gegenteil, Antikimenon, Ursache und Wirkung, Eigenschaft und Mangel und so weiter. Und um ein solches Verhältnis soll sich jede Disputation drehen. Die meisten Regeln, die er nun eben als Topoi über diese Verhältnisse angibt, sind solche, die in der Natur der Begriffsverhältnisse liegen, deren jeder sich von selbst bewusst ist und auf deren Befolgung vom Gegner er schon von selbst dringt, eben wie in der Logik und die es leichter ist, im speziellen Fall zu beobachten oder ihre Vernachlässigung zu bemerken, als sich des abstrakten Topos darüber zu ersinnen, da er eben der praktische Nutzen dieser Dialektik nicht groß ist. Er sagt fast lauter Dinge, die sich von selbst verstehen und auf deren Beachtung die gesunde Vernunft von selbst gerät. Beispielsweise Wenn von einem Dinge das Genus behauptet wird, so muss ihm auch irgendeine Spezies dieses Genus zukommen. Ist dies nicht, so ist die Behauptung falsch. Zum Beispiel es wird behauptet, die Seele habe Bewegung, so muss hier irgendeine bestimmte Art der Bewegung eigen sein. Flug, Gang, Wachstum, Abnahme und so weiter. Ist dies nicht, so hat sie auch keine Bewegung. Also wem keine Spezies zukommt, dem auch nicht das Genus. Das ist der Topos. Dieser Topos gilt zum Aufstellen und zum Umwerfen. Es ist der neunte Topos. Und umgekehrt, wenn das Genus nicht zukommt, kommt auch keine Spezies zu. Zum Beispiel einer soll, wird behauptet, von einem anderen schlecht geredet haben. Beweisen wir, dass er gar nicht geredet hat, so ist auch jenes nicht. Denn wo das Genus nicht ist, kann die Spezies nicht sein. Unter der Rubrik des eigentümlichen Proprium lautet der 215. Lokus so. Erstlich zum Umstoßen. Wenn der Gegner als eigentümliches etwas angibt, das nur sinnlich wahrzunehmen ist, so ist's schlecht angegeben. Denn alles Sinnliche wird ungewiss, sobald es aus dem Bereich der Sinne herauskommt. Zum Beispiel ersetzt als eigentümliches der Sonne, sie sei das hellste Gestirn, das über die Erde zieht. Das taugt nicht. Denn wenn die Sonne untergegangen, wissen wir nicht, ob sie über die Erde zieht, weil sie dann außer dem Bereich der Sinne liegt. Zweitens zum Aufstellen. Das Eigentümliche wird richtig angegeben, wenn ein solches aufgestellt wird, das nicht sinnlich erkannt wird. Oder wenn es sinnlich erkannt wird, doch notwendig vorhanden. Zum Beispiel als eigentümliches der Oberfläche werde angegeben, dass sie zuerst gefärbt wird. So ist dies zwar ein sinnliches Merkmal, aber ein solches, das offenbar alle Zeit vorhanden, also richtig ist. So viel, um Ihnen einen Begriff von der Dialektik des Aristoteles zu geben. Sie scheint mir den Zweck nicht zu erreichen. Ich habe es also anders versucht. Cicero's Tropica sind eine Nachahmung der Aristotelischen aus dem Gedächtnis, höchstseicht und elend. Cicero hat durchaus keinen deutlichen Begriff von dem, was ein Topus ist und bezweckt. Und so ratodiert er ex ingenio, aus freier Erfindung, allerhand zeugt durcheinander und strafiert es reichlich mit juristischen Beispielen aus. Eine seiner schlechtesten Schriften. Um die Dialektik rein aufzustellen, muss man unbekümmert um die objektive Wahrheit, welche Sache der Logik ist, sie bloß betrachten, als die Kunst Recht zu behalten, welches freilich umso leichter sein wird, wenn man in der Sache selbst Recht hat. Aber die Dialektik als solche muss bloß lehren, wie man sich gegen Angriffe aller Art, besonders gegen Unredliche, verteidigt und ebenso, wie man selbst angreifen kann, was der andere behauptet, ohne sich selbst zu widersprechen und überhaupt ohne widerlegt zu werden. Man muss die Auffindung der objektiven Wahrheit rein trennen von der Kunst, seine Sätze als wahr geltend zu machen. Jenes ist Aufgabe einer ganz anderen Pragmatia, Betätigung. Es ist das Werk der Urteilskraft, des Nachdenkens, der Erfahrung und gibt es dazu keine eigene Kunst. Das zweite aber ist der Zweck der Dialektik. Man hat sie definiert als die Logik des Scheins. Falsch. Denn wäre sie bloß brauchbar zur Verteidigung falscher Sätze, allein auch, wenn man Recht hat, braucht man Dialektik, es zu verfechten und muss die unredlichen Kunstgriffe kennen, um ihnen zu begegnen. Ja, oft selbst welche brauchen, um den Gegner mit gleichen Waffen zu schlagen. Dieserhalb also muss bei der Dialektik die objektive Wahrheit beiseite gesetzt oder als akzidentell betrachtet werden und bloß darauf gesehen werden, wie man seine Behauptungen verteidigt und die des anderen umstößt. Bei den Regeln hizu darf man die objektive Wahrheit nicht berücksichtigen, weil meistens unbekannt ist, wo sie liegt. oft weiß man selbst nicht, ob man Recht hat oder nicht, oft glaubt man es und irrt sich, oft glauben es beide Teile. Denn Veritas ist in Poeto, in Vito und Alicia die Wahrheit ist in der Tiere. Demokrit Beim Entstehen des Streits glaubt in der Regel jeder, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben. Beim Fortgang werden beide zweifelhaft. Das Ende soll eben erst die Wahrheit ausmachen, bestätigen. Also darauf hat sich die Dialektik nicht einzulassen, so wenig wie der Fachmeister berücksichtigt, wer bei dem Streit, der das Duell herbeiführe, eigentlich Recht hat. Treffen und Parieren, darauf kommt es an, ebenso in der Dialektik. Sie ist eine geistige Fechtkunst. Nur so reingefasst kann sie als eigene Disziplin aufgestellt werden. Denn setzen wir uns zum Zweck, die rein objektive Wahrheit, so kommen wir auf bloße Logik zurück. Setzen wir hingegen zum Zweck die Durchführung falscher Sätze, so haben wir bloße Sophistik. Und bei beiden würde vorausgesetzt sein, dass wir schon wüssten, was objektiv wahr und falsch ist. Das ist aber selten zum Voraus gewiss. Der wahre Begriff der Dialektik ist also der Aufgestellte. Geistige Fechtkunst zum Recht behalten im Disputieren, obwohl der Name Eristik passender wäre. Am richtigsten wohl eristische Dialektik. Dialektika Eristika. Und sie ist sehr nützlich. Man hat sie mit Unrecht in neueren Zeiten vernachlässigt. Da nun in diesem Sinne die Dialektik bloß eine auf System und Regel zurückgeführte Zusammenfassung und Darstellung jener von Natur aus eingegebenen Künste sein soll, deren sich die meisten Menschen bedienen, wenn sie merken, dass im Streit die Wahrheit nicht auf ihrer Seite liegt, um dennoch Recht zu behalten. So würde es auch dieser halb sehr zweckwidrig sein, wenn man in der wissenschaftlichen Dialektik auf eine objektive Wahrheit und deren Zutageförderung Rücksicht nehmen wollte, was in jener ursprünglichen und natürlichen Dialektik nicht geschieht, sondern das Ziel bloß das Recht haben ist. Die wissenschaftliche Dialektik in unserem Sinne hat demnach zur Aufgabe, jene Kunstgriffe der Unredlichkeit im Disputieren aufzustellen und zu analysieren, damit man bei wirklichen Debatten sie gleich erkenne und vernichte. Eben daher muss in ihrer Darstellung eigenständlich bloß das Recht haben, nicht die objektive Wahrheit zum Endzweck nehmen. Mir ist nicht bekannt, dass in diesem Sinne etwas geleistet wäre, obwohl ich mich weit und breit umgesehen habe. Es ist also ein noch unbebautes Feld. Um zum Zwecke zu kommen, müsste man aus der Erfahrung schöpfen, beachten, wie bei den im Umgang häufig vorkommenden Debatten dieser oder jener Kunstgriff von einem und dem anderen Teil angewandt wird, sodann die unter anderen Formen wiederkehrenden Kunstgriffe auf ihr Allgemeines zurückführen und so gewisse allgemeine Stratagemata Kunstgriffe aufstellen, die dann sowohl zum eigenen Gebrauch als zum Vereiteln derselben, wenn der andere sie gebraucht, nützlich wären. Folgendes sei als erster Versuch zu betrachten.